hey leute willkommen zurück zu part 45 von tomb raider anniversary und wir haben im letzten part hier in dieser halle unsere doppelgängerin besiegt die keine haut hatte und nichts und hier ist der kontrollpunkt auch und jetzt begeben wir uns weiter tiefer hinein in die minen oder sollte ich eher sagen die höhlen von natler das sind so drei blöcke das sind auch so drei blöcke und müssen haufen lava die stoßen alle so hervor kann ich denn da wenn ich geschwind bin drüber springen da ist nicht hebel und eine medipack und hier ist nur ein hebel erkennt denn dass ich mich hier dazwischen stellen kann schauen wir mal weil das geht okay berühren dürfen sie mich nicht muss ich das den gang noch mal entlang laufen ja da ist der kontrolle hätte den kontrollpunkt ein paar meter später machen können nämlich hier aber es ist quasi nicht so gedacht dass ich hier flying lara sorry da war ich etwas zu gemütlich unterwegs oder ob es so ich glaube da springt sie dann zu weit aber so sieht es gut aus hebeln nummer eins aha war doch klar dass und wie ich auftaucht irgendwie da kann ich aber nicht entlang ich muss den weg wieder zurückgehen ich dachte vielleicht schaffe ich zwei auf einmal grausam ach den darf ich noch mal machen diesmal nicht mit mir vorsichtig jawohl ok den hätten wir geschafft ich würde mal sagen der andere hebel öffnet die tür okie dokie wie kommen wir denn mal hier rüber nur indem wir ganz schnell springen habe ich den eindruck und ich hoffe dass die entfernungen für sprung auch passen gibt es denn hier keinen zusätzlichen kontrollpunkt vielleicht nein natürlich nicht ok ok ich dachte da kann sie vielleicht direkt drauf laufen tut mir echt leid ich hatte gehofft dass es dann noch irgendwo dazwischen den kontrollpunkt gibt was ist das denn eigentlich für die höhle kann man da hochklettern also das geht ja einigermaßen kann man da hochklettern ne kann man nicht sah aber so aus also man muss da wirklich springen aber da kann man doch da kann man doch da muss man doch können ok knapp aber hat funktioniert kontrollpunkt die tür geht auf weil ich pech habe ist es ein zeitding steh auf steh auf steh auf steh auf so jetzt bitte konzentration damit wir da auch wieder zurückkommen knapp aber geschafft knapp aber geschafft what was hatte es da auf sich damit hat das jetzt irgendwas bewirkt oder war das nur eine falle die ich vermieden habe oh verlorene insel die große pyramide 15 stunden 20 minuten spielen wir das spiel schon wow so ähm ja passt mach mal weiter ist grad so spannend du bist oben angekommen ab jetzt geht es nur noch abwärts was heben eine neue armee von atlantis aus in dieser pyramide entstehen weit mehr soldaten als du gesehen hast der sion gibt mir die macht alles zu erschaffen was ich will ach und was wollen sie natler ich will die dreifaltigkeit die hokan und qualopäck waren zu schwach und zu zerstören was dem siebten zeitalter im wege steht aber du bist stark genug diesen platz einzunehmen die unsterblichkeit hat ihren preis doch was sind schon ein paar leben für deinen traum das ist wahnsinn nein danach hast du immer gesucht die antworten die du dein leben lang finden wolltest liegen im sion du bist nicht zufällig hier lara nein bist hier weil du hierher gehörst das bist du tut mir leid vater nein 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 Was? End Kampf! End Kampf! End Kampf! End Kampf! End Kampf! Jawoll! So habe ich mir das ehrlich gesagt gedacht. Oh, das ist sehr gemein. Wow, da braucht man jetzt aber den Adrenalin-Move recht häufig. Ah. Ah, so. Oh, da kann man die Hand abschießen. Also wegschießen, nicht nur abschießen. Okay. Ah. Okay. Ah, die wächst aber wieder nach, oder was? Ah, da ist wieder zu nah dran. Ouch. Nein, die Hand sollst du anvisieren Die Hand Wo springst du hin? Möchtest du vielleicht bitte die Hand anvisieren? Ah! Mist! Na, ich weiß jetzt aber auch nicht so recht. Auch nicht so recht, was das Spiel von mir will. Ich habe schon ein bisschen rausgefunden, aber ich versuche den jetzt nochmal über die Klippe zu schicken. Ah! Uh! Okay. Das war wohl der Endkampf. Da musste man erst eine Hand abschießen, also ihm wegschießen und dann die andere Hand anballern, während er an der Klippe hängt. Weil dann hat er nämlich keine zweite Hand mehr, mit der er sich festhalten konnte. Aha, was war denn das für eine Brut? Okay. Oha! Kontrollpunkt, sehr schön! Und dann müssen wir jetzt wohl hier... Uh! Über den Lavastrom. Ja. Natürlich macht man das so nicht. Das habt ihr euch aber schon... Oh! Ein anderes Ladebild. Habt ihr euch schon gedacht, dass man das wahrscheinlich nicht so macht, wie ich das gerade gezeigt habe? Okay. Wo kann ich denn jetzt mal hin? Kommt ich denn, wenn ich jetzt springe, da bis zu dem Obelisken da in der Mitte? Ja, komm ich, komm ich, komm ich. Muss ich das zum nächsten Obelisken? Oh! Schlader! Schreck mich nicht so. Da schauen die Entfernungen so hoch aus. Hey, ich hab keinen Bock auf sowas. Aber ich hab im Augenblick nur die beiden Waffen zu verholen. Okay, da ist ein Hebel. Aha! Oha! Shit, dankeschön. Das mit der Schrotmunition ist auch nicht schlecht. Das heißt, es kommen noch Gegner. Wahrscheinlich zu Genüge. Alles klar. Alles klar, da oben ist ein Einsammelteil. Wo ich wahrscheinlich so jetzt direkt gar nicht... Nein, so vieles Ertauere. Und das Viech. Da komme ich so gar nicht hin. Okay. Frage ist, wie ich denn da mal hinkomme. Aber vielleicht gibt es da wieder was von der anderen Seite. Das ist nämlich noch ein Hebel. Kontrollpunkt. Sehr schön. Und es gibt noch mehr... ...teile zum Einsammeln, die... Oh, da oben ist eine Kiste. Ich dachte, mich kann die vielleicht da oben runterholen. Oh no! Okay, jetzt hole ich erstmal den Hebel runter. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder ein Viech. Oh no! Ich wollte eigentlich noch zu dem Einsammelteil. Da oben ist ja noch ein Hebel. MMM. Jetzt wird es verwirrend. Kann ich denn den Hebel wieder zurücklegen? Nein, kann ich nicht. Ach, herrje. Diese Kiste muss ich doch da auch irgendwie runterholen. Hier habe ich ein Podest, auf das ich sprengen kann. Aber ich kann... Damit kann ich es nicht runterzaubern. Ja. Also, schau. Oh, da ist Wasser. Wasser ist auf jeden Fall mal angenehmer als... Ihr wisst schon. Als Lava. Da drüben... Da kommt sie doch niemals rüber, oder? Oder soll ich es mal probieren? Den Hebel da oben werde ich ganz sicher brauchen, oder? Also, ich probiere... Nein, das ist keine Kante zum Abspringen. Oh gut, das sieht sehr brüchig aus. Das sieht eher nach was aus, das man hat, wenn man von da wieder runterkommt. Ich... Ich... Ich gehe mal weiter. Vielleicht habe ich ja die Chance, dann noch zurückzukommen. Shit, das war... Der war nur ein Abhängungsmaneber. Ah, komm. Fuck. Oh no. Die haben mich in die Lava gestoßen. Oh. Werde ich einen Adrenalin-Ruf machen können? Na, komm. Na, haha. Jetzt habe ich dich aber gleich. Wusste ich's doch. Mach nicht solche Witze mit mir, Leute. Okay, hier ist Wasser. Da hinten ist auch ganz sicher was. Keine Ahnung, wie man da hinkommt. Aber jetzt sammle ich erstmal die Teile ein. Denn die liegen auch nicht umsonst hier. Äh, das könnte was sein, wo man sich hinhängen kann. Damit was aufgeht. Zumindest sieht das mal so aus. Dass man da hinklettern kann. Was kann man hier tun? Hier muss wahrscheinlich was aufgehen. Ah, und da ist die Kiste. Okay, wir kommen da wahrscheinlich nochmal zurück. Ich schau jetzt mal, ob ich mich hier hinhängen kann. Ja, genau. Das geht. Oh, da kann man was abschießen. Aha. Da geht eine Tür auf. Okay. Nein. Wo? Da. Lass Lara entfrieden. Nervi. Okay, dann versuche ich mal da hin, da direkt hin zu springen. Ich hoffe, dass das klappt. Jawohl, das klappt. Halt. Ah, puh. Nummer zwei. So. Aua. So, wie komme ich denn aber hier mal drüber? Wahrscheinlich gar nicht. Oh, da kann man. Aha, da kann man sich zwar hochhangeln, aber da kommt man nicht ganz hoch. Da muss man was ausfahren. Da muss man eine Luke ausfahren. Kann ich denn hier mal unter Wasser weitermachen? Oder ist da jetzt noch ein Tor? Ne, da ist noch ein Tor. Mindestens eins, also. Ich seh mich mal, aber trotzdem mal unter Wasser ein bisschen um. Schaut doch mal, als hätt ich's gerochen. Ein Hebel. Aha. Ich befürchte, dass das ein Zeitding ist. Deswegen nix wie hin. Ach. Und dich kümmere ich mich gleich, du blöde Ratte. Aber dich brauche ich, das ist klar. Wo ist er denn? Da unten ist er. Hallo, du. Ja, ja. Ich hab schon ganz andere erlegt als dich. So. Ne. Ich weiß jetzt nicht, wo es da lang geht. Aber das ist jetzt mal erstmal interessant. Gut. Jetzt bin ich nämlich wieder hier. Bei dieser Kiste. Und was wir jetzt genau mit dieser Kiste machen, Leute, das sehen wir dann am Anfang vom nächsten Part von Tomb Raider Anniversary. Schön, dass ihr reingeschaltet habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich weiß nicht. idoeEN. Ich weiß nicht.